Viel vorgenommen haben sich auch die Mitarbeiter von Campina in Gütersloh, denn das vergangene Jahr ist für sie nicht so gut zu Ende gegangen. Ende November erfuhren sie, dass ihr Werk geschlossen werden soll. Wir hatten ja darüber berichtet. Betroffen sind etwa 230 Mitarbeiter, die das aber so nicht hinnehmen wollen. Sie protestieren gegen die Schließung und sogar nach Holland zum Hauptsitz von Friesland Campina sind sie gefahren, um dort ihren Unmut zu äußern und vielleicht doch noch was zu verändern. Und bei mir im Studio ist jetzt Frank Bollkämper, der Betriebsratsvorsitzende bei Campina. Schön, dass Sie da sind. Was genau sind denn Ihre Pläne für 2018? Ja, unsere Pläne oder mein Plan für 2018 und mein Wunsch ist, dass die Murkerei in Gütersloh erhalten bleibt. Und wie stehen da die Chancen, dass das tatsächlich so funktioniert? Ja, wie stehen die Chancen? Ich sag mal so, wer verloren hat, oder wer aufgibt, der hat schon verloren. Und wir geben halt nicht auf und wir hoffen halt, auch wenn die Hoffnung klein ist, aber wir hoffen trotzdem, dass die Molkerei erhalten bleibt und die Arbeitsplätze vorhanden. Wie wollen Sie das denn angehen? Wir werden jetzt am kommenden Samstag nochmal eine große Unterschriftenaktion im Kreis Gütersloh starten, wo circa 40 bis 50 Mitarbeiter im Kreis Gütersloh vor den Discountern Unterschriften für das Königshaus, die wir da hinschicken möchten oder hinbringen, sammeln werden. Für das niederländische Königshaus? Für das niederländische Königshaus, genau. Ja, die Unterstützung der Bevölkerung, man hat das auch im Beitrag bei uns gesehen, als wir darüber berichtet haben, dass das Werk geschlossen werden soll, ist sehr groß. Das heißt, Sie haben eine breite Unterstützung aus der Normale? Wir haben eine sehr breite Unterstützung. Also wir hören immer wieder auch von Bürgern aus Gütersloh, dass sie uns die Daumen drücken, dass sie uns viel Glück wünschen und dass sie alle hoffen, dass die Molkerei erhalten bleibt. Denn es würde einfach geschlossen werden und mit dem Gelände nichts weiter passieren, wenn sie geschlossen werden. Genau, letztendlich würde man 230 Arbeitsplätze in Gütersloh komplett vernichten. Was für Optionen gäbe es denn noch, wenn man das mal weiterspinnen würde? Wenn es vielleicht doch zu der Schließung kommt, haben Sie da irgendwelche Möglichkeiten, und sonst noch die Arbeitsplätze zu erhalten? Das wird sehr schwer. Da muss man halt gucken, was es für Alternativen gibt. Wir haben zurzeit den Professor Bontrup dabei mit beauftragt, dass er das Ganze einmal prüft. Und dann werden wir über Alternativen sprechen und gucken, was gibt es sonst noch für Alternativen. Aber die erste Alternative sollte sein, dass man uns die Chance gibt, dass die Molkerei verkauft wird. Nicht aufgeben. Wie ist denn die Stimmung unter den Mitarbeitern momentan? Noch wird ja ganz normal weitergearbeitet. Es wird noch ganz normal weitergearbeitet. Die Stimmung ist sehr gedrückt, ja, weil jeder weiß jetzt nicht, was passiert jetzt weiter und wie geht es überhaupt weiter mit seinem Leben, mit seiner Arbeit. Und da ist die Stimmung schon sehr gedrückt. Wir werden das weiterhin beobachten. Ich wünsche Ihnen alles Gute für 2018. Danke schön, dass Sie heute zu Bruch bei uns im Studio waren. Danke.